An einem Bauprojekt arbeiten viele Beteiligte über einen sehr langen Zeitraum. Bekommt nicht jeder rechtzeitig seine individuellen Informationen, verschieben sich die geplanten Meilensteine zwangsläufig immer weiter nach hinten. Der Kostenberg wächst und wächst und wächst. Bauprojekte sind in verschiedene Phasen unterteilt. In jeder Phase arbeiten andere Teams mit anderen Systemen und Werkzeugen. Das Problem? Architekten, Statiker und Planer haben individuelle Aufgaben mit spezifischen Informationen, die am Ende aufeinander abgestimmt werden müssen. Oft passen die Daten dann einfach nicht mehr zusammen. Das ist auch für Hersteller von Architekturkomponenten eine echte Herausforderung. Tausende von Kunden mit unterschiedlichsten Anforderungen wollen passende Daten zur Planung ihrer Bauprojekte. Da gibt es viel zu berücksichtigen, wie diverse CAD-Systeme, Klassifikationen, Spezifikationen, Levels of Development, Sprachen und vieles mehr. Das ergibt ganz schnell Millionen von möglichen Kombinationen. Wie schafft man es also, als Komponentenhersteller alle zufriedenzustellen? Einfach Bedürfnisse ignorieren und stur die Standarddaten abladen, die man halt gerade verfügbar hat? Klappt wohl eher nicht so gut. Unzufriedene Kunden werden sich ganz schnell nach Alternativen bei Wettbewerbern umsehen. Oder doch in aufwendiger Kleinstarbeit alle gewünschten Daten manuell generieren? Ein viel zu großer Aufwand und man kommt nicht wirklich voran. BIM-Catalogs.net bei Cadenas bietet hier eine ganz andere, viel einfachere Lösung. Dank eines flexiblen Datenmodells und BIM-Catalogs.net können alle möglichen Kombinationen mühelos nach Bedarf bereitgestellt werden. Egal welches CAD-System, welches Level of Development, welche Klassifikation, Spezifikation oder Sprache gerade benötigt wird, über eine zentrale Datenbank lassen sich für jeden die passenden Daten on the fly generieren. Zusätzlich können Informationen aus PIM, ERP und anderen internen Datenbanken bereitgestellt werden. Alle Kundenwünsche sind so optimal erfüllt und die Daten immer auf dem neuesten Stand. Minimaler Aufwand für Sie. Maximaler Komfort für Ihre Kunden. So werden Ihre Produkte bei zukünftigen Projekten sicher noch häufiger das Rennen machen. BIM-Catalogs.net Open-BIM-Technologie, damit der BIM-Prozess auch mit Herstellerdaten harmoniert. Hier nochmal die Vorteile im Überblick. Flexibles Datenmodell Über 20 BIM-spezifische Ausgabeformate Unterstützung der gängigsten Klassifikationen und Vermarktung Ihrer Produkte in zahlreichen Online-Portalen und BIM-CRD-Systemen. Starten auch Sie durch und verleihen Sie Ihrem Unternehmen Auftrieb. Infos zu den umfangreichen Möglichkeiten mit BIM-Catalogs.net online unter www.cadenas.de slash de slash BIM-Catalogs oder im kostenfreien Beratungsgespräch mit unseren Experten. Und immer wieder bei denen Sie die Wagen-Catalogs.net sich mit unseren Experten Lizenz und Verständnis weiter vertreten. Und dann war Sie mit einer weiteren Möglichkeiten mit unserer Däumen-Katalogs.net und dann auf die Däumen-Katalogs.net und dann auf die Däumen-Katalogs.net